Herzlich Willkommen zu Teil 59 der Reihe über Mengen, Abbildungen und Logik. Wir schauen uns heute Beispiele an zum Two-Set Problem in der Aussage-Logik. Also dem Two-Set Problem, dem Erfüllbarkeitsproblem von Formeln in konjunktiver Normalform mit maximal oder eigentlich genau zwei literalen G-Klauseln. Unser erstes Beispiel soll die Formel sein, Alpha gleich A oder C und A oder nicht C und B oder C und C oder D und C oder nicht F und nicht A oder E und nicht A oder nicht E und nicht C oder nicht E. Und wir fragen uns, ob diese Formel erfüllbar ist. Das sieht man der Formel sicherlich auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres an. Wir bilden also, wie in den letzten Folgen besprochen, den Implikationsgrafen. Dieser hat die folgenden Knoten. Jedes Atom taucht auf, also A bis F und für jedes Atom taucht die Negation auf, also nicht A bis nicht F. Anschließend bilden wir die Kanten des Implikationsgrafen. Wie das geht, hatten wir auch in den letzten Folgen besprochen. Und wir haben dann Kanten A nach E, A nach nicht E und so weiter. Die Menge der Kanten ist jetzt hier aufgeführt. Dann ermitteln wir die Strongly Connected Components, also die SCCs. Ich habe das konkret mit der NetworkX Library für Python getan. Und wir sehen jetzt hier Komponenten, die nur aus einem Literal bestehen, wie B und D und F. Nicht B, Nicht D, Nicht F. Und wir sehen eine Komponente, die sechs Literale enthält, nämlich A, nicht A, C, nicht C und E und nicht E. Und wir sehen jetzt ja, dass in dieser ersten großen Komponente sowohl A als auch nicht A enthalten sind. Und damit ist die Formel eben nicht erfüllbar. Es sind außerdem auch C und Nicht C und E und Nicht E enthalten. Aber es reicht ja bereits ein Paar von Literal und Negation dieses Literals. Und damit ist die Formel nicht erfüllbar. Damit die Formel erfüllbar wäre, müssten sowohl A wahr sein, als auch Nicht A. Beides ist nicht möglich. Und damit ist die Formel nicht erfüllbar. Der Implikationsgraf, der ist hier nochmal dargestellt. Hier unten nochmal die Strongly Connected Components. Und wir sehen hier in rot dargestellt die Kanten, die innerhalb dieser SCC verlaufen. Also zum Beispiel hier von A nach E gibt es eine Kante, von C nach A eine Kante und so weiter. Und das ist eben ein Strongly Connected Component. Innerhalb von diesen sechs Knoten können wir von jedem zu jedem anderen kommen, wie man sich jetzt, wenn man möchte, an diesem Bild hier klar machen kann. Ein weiteres Beispiel, eine etwas längere Formel. Die hat 20, beziehungsweise wenn wir daraus die Implikationsgrafen bilden, dann hat er 20 Knoten und 32 Kanten. Wir haben nämlich jetzt hier 10 verschiedene Atome. A bis J, glaube ich, gehen wir hier. Und das heißt, wir haben 20 Knoten, 10 Literale, 10 Verneinungen. In dem Fall haben wir 16 Klauseln und damit 32 Kanten. Denn jede Klausel erzeugt ja zwei Kanten. Und wenn wir die Strongly Connected Components betrachten, dieses Graphen, dann erhalten wir wieder Komponenten oder eine Komponente in dem Fall, wo Atome und deren Verneinungen enthalten sind, nämlich beispielsweise F und Minus F und auch H und Minus H. Aber es reicht ja bereits eine I und Minus, äh, nicht Minus, sondern Nicht. Also I und Nicht-I, J und Nicht-J. Und damit ist diese Komponente hier die, die eben die Erfüllbarkeit zerstört. Es taucht Literale und ihre Verneinungen auf. Und damit ist diese Formel eben nicht erfüllbar. Hier auch nochmal grafisch dargestellt, der Implikationsgraf. Man sieht auch bereits, dass bei einer gar nicht so großen Anzahl von Knoten bereits die grafische Darstellung sehr unübersichtlich wird. Und wir sehen, dass jetzt wieder ein Rot dargestellt. Das sind die Kanten, die innerhalb dieser, äh, dieser Komponente hier verlaufen. Ähm, das heißt, ähm, innerhalb der Knoten, die zu dieser Komponente gehören, kommt man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten entlang eines Pfades, ähm, der immer nur in Pfeilrichtung verläuft. Und damit ist das eben die problematische Komponente. Die anderen Komponenten, die sind nicht problematisch. Die sind alle nur, haben die Länge 1 und sind damit eben kein Problem. Das waren also zwei Beispiele für To-Set-Probleme, die nicht erfüllbar sind. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge ein weiteres Beispiel an für ein To-Set-Problem, das aber in dem Fall dann erfüllbar ist. Vielen Dank.